Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 26. Juni. Heute wird die Sendung auch wieder gesponsert, den Entwicklern Apps with Love. Der Fokus der Anwendung liegt auf den fünf Lernfeldern Digital Marketing, General Marketing, Marketingfachleute, Verkaufsfachleute und technische Kaufleute. Falls das euch interessiert, schaut mal rein und wir danken für die Unterstützung. Und ab geht's. Heute dabei Google Pay, iOS 12 Beta, Xbox One, Oculus TV und Jay-Z. Ja, beginnen tun wir mit Google Pay und es ist ja so, als ob kaum eine Folge ohne Google Pay vergeht, denn es steht jetzt wirklich vor der Tür. Heute soll der Start sein und die Google Pay App hat auch schon verraten, wer als Partner mit an Bord ist. Das ist unter anderem Adidas, Aldi Süd, Hornbach, Kaufland, Lidl, McDonalds, Mediamarkt und Saturn. Und dort kann man dann, ja ab heute wahrscheinlich, mit seinem Android-Smartphone und der Google Pay App ganz problemlos kontaktlos zahlen. Das geht bis 25 Euro. Einfach das Smartphone an das Terminal halten und dann geht die Transaktion durch. Ähnlich wie ihr das kennt von den Kreditkarten mit der Wireless-Funktion. Schöne Sache, aber wir warten trotzdem auch immer noch auf Apple Pay. Ja, und wenn wir schon beim Thema Apple sind, Apple hat jetzt die erste öffentliche Beta von iOS 12 rausgebracht. Sprich, ihr braucht keinen kostenpflichtigen Developer-Account. Ihr könnt jetzt ganz einfach wirklich offiziell die erste öffentliche Beta von iOS 12 runterladen für euer iPhone oder fürs iPad. Und wenn ihr das tut, denkt dran, es ist eine Beta. Es kann was kaputt gehen. Also macht halt vorher ein Backup, bevor ihr das Risiko eingeht und mit den neuen Funktionen in iOS 12 rumspielt. Rumspielen. Gute Überleitung, gutes Thema. Rumspielen kann man eventuell demnächst auf der Xbox One mit Maus und Tastatur. Das Ganze gab es schon länger als Gerücht und nun ist anscheinend eine Präsentation geleakt und daraus kann man ablesen, dass die Unterstützung für Tastatur und Maus wirklich kommen wird. Und die Xbox One wird dann wirklich praktisch alle USB-Mäuse und USB-Tastaturen unterstützen. Auch die Kabellosen, die über einen USB-Dongle dann verbinden werden mit der Konsole. Und ja, wie das genau umgesetzt wird, ist der nächste Schritt, denn die meisten Spiele unterstützen das natürlich nicht von Haus aus. Die sind für den Controller programmiert. Und ja, man muss schauen, ob es rückwirkend vielleicht Updates gibt oder Patches oder ob es nur nach vorne für neue Spiele dann unterstützt wird. Gleichzeitig muss man ja auch irgendwie schauen, dass ja der Level, der Schwierigkeitslevel gleich bleibt. Denn viele Spieler können mit Maus und Tastatur gerade bei so First-Person-Shootern schneller agieren als Leute mit dem Controller. Und da muss man ja einfach auch die Balance halten. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und vielleicht ein gutes Feature, was der Xbox ein bisschen Drive gibt, um gegenüber der PS4 aufzuholen. Nächstes Thema, Oculus. Die launchen jetzt ihre Oculus-TV-App für das Oculus Go-Headset. Die Oculus-TV-App, die war schon auf der Facebook F8 vorgestellt worden und ist eine TV-App, ähnlich wie auch die Apple-TV-App. Die TV-Sender praktisch in dem Headset zur Verfügung stellt und damit das günstigste Riesenheimkino ist. Denn man braucht keinen, weiß ich nicht, 60, 80 Zoll LCD-Plasma sonst wie Bildschirm. Sondern hat einfach sein 199 Dollar Headset auf und einen Riesen-Screen vor den Augen. Ja, zum Start gibt es nicht so viel. Die haben Red Bull-TV und Pluto-TV und Facebook-Watch. Also das ist jetzt nicht so beeindruckend. Arbeiten aber angeblich an einer Partnerschaft mit dem Sportsnetwork ESPN. Und wollen natürlich auch, dass Streaming-Dienste wie Hulu und Netflix und Co. auch damit reingehen. Die haben teilweise ihre eigenen Apps, zum Beispiel Netflix, die ich persönlich auch nicht so mega gelungen finde. Und mal schauen, ob sich da Besserung tut, wenn die in der Oculus-TV-App mitmischen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe ja so ein Oculus Go-Headset und bin schon gespannt. Und letztes Thema für heute. Der Jay-Z, der rappende Kollege da aus Brooklyn. Der hat ja schon öfters mal auch investiert, unter anderem in Uber. In 2011 auch gut Geld damit gemacht. Der hat wie viele andere Musiker und Rapper jetzt auch seine Blickrichtung in Richtung Silicon Valley gewendet. Und hat einen Venture Capital Fonds aufgelegt. Und zwar den Marcy Venture Partners. Marcy, das ist ein Stadtteil von Brooklyn, wo er herkommt. Und dort will er mit Silicon Valley Partnern in interessante Start-ups investieren. Ja, das war es dann aber auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag. Kommt gut in den Tag. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.